Was ist der Beckerweg von der Schwäbischen Alb aus Römerstein, Böhringen? Ja, wir sind der Beckerweg von der Schwäbischen Alb aus Römerstein, Böhringen. Wir sind seit 30 Jahren verfolgt, wir bekommen die Regionalität. Wir haben unsere um die 40 Landwirte mal was angebaut. Für uns vom Getreide, vom Mohn, Buchweizer, Leinsamer, Kümmel, bis hin, wir haben unsere Milch, unsere Biomilch, hier direkt vom Ort. Uns ist die Heimat ziemlich wichtig, deshalb verfolgen wir das und machen das. Wir schauen, dass wir immer mehr aus der Region bekommen. Genau, dass ich mich vielleicht auch noch mal kurz vorstelle. Mein Name ist Bianca Beck, ich bin die Tochter vom Heiner Beck. Wir sind ein richtiges Familienunternehmen, in dem ich eben auch mitarbeite. Zusammen mit meinen Schwestern und meinem Schwager wollen wir dann, wenn es soweit ist, die Nachfolge hier antreten. Also wir handeln oder wir arbeiten nach dem Motto, es muss schmecken, aus der Region kommen und wenn es bio ist, ist super. Das beste Beispiel dafür ist unser Hefekranz. Der ist eigentlich komplett bio, bis auf den Hagelzucker. Der ist nicht in Bio-Qualität, einfach weil er uns im konventionellen Bereich ein bisschen besser schmeckt. Der Rest ist aber bio und auch regionale Zutaten sind darin enthalten. Und nach dem Motto gehen wir eigentlich bei jedem neuen Produkt vor. Also die Regionalität und schmecken und bio sind so unsere Leitsätze. Genau. Okay. 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 Okay.